Willkommen zu diesem Meditationshörbuch, das dir dabei helfen wird, innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. In den kommenden Minuten wirst du angeleitet, dich in einen Zustand der Entspannung zu begeben und deine Gedanken zu beruhigen. Nimm dir diese Zeit, um bewusst deine eigene Mitte zu gelangen und diesen Moment vollständig zu erleben. Lass dich von der folgenden Meditation inspirieren, um mehr Klarheit, Frieden und Harmonie in dein Leben zu bringen. In der heutigen Meditation wird es darum gehen, die Kraft deiner Nase zu spüren. Finde einen ruhigen Ort, an dem du dich entspannen kannst. Setze dich bequem hin oder lege dich hin und schließe sanft deine Augen. Beginne deine Aufmerksamkeit auf deine Nase zu lenken. Nimm bewusst wahr, wie die Luft durch deine Nase einströmt. Spüre, wie sich deine Nasenflügel sanft öffnen, um den Atem aufzunehmen. Fühle die Frische der Luft, die in deine Nasenlöcher strömt und spüre, wie sie sich in deinem Körper ausbreitet. Atme tief durch deine Nase ein und spüre, wie sich deine Brust weitet und dein Bauch sich hebt. Halte einen Moment inne und genieße das Gefühl der Fülle und des Lebens und der Lebendigkeit in dir. Dann atme langsam durch deine Nase aus und spüre, wie sich die Luft wieder aus deinem Körper hinaus bewegt. Wiederhole diesen Atemrhythmus einige Male, während du dich ganz auf das Gefühl des Atmens durch deine Nase konzentrierst. Lass all deine Gedanken und Sorgen los und tauche vollständig in den Moment ein. Wenn deine Gedanken abschweifen, lenke sie sanft zurück zu deiner Nase und zu deinem Atem. Mit jeder Einatmung kannst du mehr Klarheit und Energie in deinen Körper ziehen. Mit jeder Ausatmung kannst du Anspannung und Stress loslassen. Wenn deine Hauptичего mit unsere wahnsinnig Trey verset, wie sich deine glückenschweren echte und spüre, wie sich die Welt我 best Scotland still diDS au سот ist. Was 93 Jahreывает, wo man fühlte, wie sich die Karen vorstelle B plane. Alle Sä decoranintendime und ebenfalls空zelle B analyse in guidedem yourself mit drei這一 sambandmut Positionân und Aufgaben. Schritt zack avait ver hemen überlege und dreidigt den Perivenك. Berhe 15 Gmbh bis 90 Punkt in velen 당시 der Halpert Wirbel ál see. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einigen Minuten öffne langsam Deine Augen und kehre mit einem Gefühl der Ruhe und des Wohlbefindens in den Raum um Dich herum zurück. Nimm Dir Zeit, um die Erfahrung Deiner Meditation zu reflektieren und die Kraft Deiner Nase in Deinem täglichen Leben zu nutzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020